Ladies and Gentlemen, liebe Pelikaner Ich bin mega hungrig und wir spielen Mass Effect 2 Ähm, letztes Mal sind wir, keine Ahnung, hier in diesen Quarantänebereich gelaufen und suchen den alten Gammling Professor Und wir versuchen jetzt ihn zu finden Egal wie Gamm dich hier auch ist Was hast du nicht gesagt? Was hast du nicht gesagt? Ein Hund! Oder sowas? Ein Dorf! Jetzt machen wir euch fertig! Das sind keine Gegner, Mann Nur zu präzise sein So So Jetzt sind wir hier Der wird jetzt zu fein am Boden Fein am Boden, Mama Das war der Dorf Das hat gesessen! Rotpack, Schütze! Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Okay, machen wir jetzt hier Boah, kommst du jetzt mal rein? Zerreißt du Damage Oh shit So Sehr gut So Sehr gut Skal Fuck 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 Du zerreißen du, Blitz Holy shit Alter Noch einer! Holy shit, holy shit Schild ab, Schild ab Äh, healen Äh, boah Zerreißing Holy shit Wie viele das denn? Krass Ich will einen neuen Schiff laufen Deswegen kommt es dann da und auf Genau Da eigentlich Oh, keine Mund mehr Nice Oh, noch einer Ach du scheiße Wie viele einfach nur Wie lange sie noch durchhalten können Das war echt krass jetzt Geist, das war richtig viel gerade Haben wir wieder Muni Ja, Mann Oh, 439 Schuss GG, well played Get dragged, Motherfuckers Boah, ich weiß nicht, das war ja doch Wir müssen hier hin Uh, das war nice, das war nice Das war nice, muss ich sagen Das war so gut Warte mal Okay Klinik Klinikwache Scheint freundlich zu sein Grüße Keine Dummheiten Sobald sie in der Klinik sind Of course Außer sie wollen sich mit den Wechseln Aber jetzt, wir können alle töten, wenn ihr wollt Erledigt Grüße Morden muss hier irgendwo sein Reden sie mit ihm Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können Okay Nassiger Patient Auf unserem Weg hierher haben wir Menschen gesehen, die die Apartment der Toten geblündert haben Er ist richtig schlecht geworden Okay 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 Jawohl Medigale Yeah Man Das ist schön für mich Ich schulde ihm alles Grüße Grüße Jungs Nehmen sie Malanarin, davon ist genug da und es ist fast genau Oh, Morden, Grüße Ich bin Zinket Von der Köln Grüße Ich nehm dich mit Professor Morden Soules Thorianer Physiologie nach einfachem Immunsystem Verstärker belastbarer Müsste es jetzt schaffen Jetzt Grüße Mensch Bin neugierig Nicht einheimisch Zu gut bewaffnet für Flüchtlinge Keine Söldneruniform Quarantäne besteht immer noch Aus anderem Grund hier Water Beseitigung Unwahrscheinlich Water nur Symptom Nicht Ursache Die Seuche Untersuchung möglicher Biowaffe Nein Zu viele Waffen Als Wählen holen sie doch mal Luft Ich war auf der Suche nach ihnen okay Ich bin Commander Shepard Ich habe eine wichtige Mission zu erfüllen und brauche dazu ihre Hilfe Genau Mission? Was für eine Mission? Nein, zu beschäftigt Klinik unterbesetzt Seuche breitet sich zu schnell aus Wer schickt sie? Eine geheime und privat finanzierte Gruppierung der Menschen Hier wegen Seuche? Befällt Menschen nicht? Interesse hat mit Menschen zu tun Nur wenige Menschengruppen kennen mich Ausrüstung stammt vermutlich vom Militär Kein Allianz-Standard Specter sind nicht menschlich Korkenland ist zugespielt Es gibt nur eine Option Cerberus schickt sie Unerwartet Cerberus hat vielleicht nicht den besten Ruf Aber wir brauchen ihre Hilfe Wozu Anforderungen von Hilfe durch Salarianer? Die Kollektoren entführen ganze Menschenpopulationen Wir werden den Grund dafür herausfinden und sie aufhalten Kollektoren? Interessant Solche in den Slums wurde künstlich hergestellt Kollektoren eine der wenigen Gruppen mit dazu nötiger Technologie Haben vielleicht ähnliche Ziele Aber muss erst solche aufhalten Habe bereits Heilmittel Muss es verteilen über Umweltkontrollzentrum Wird von Vorgia bewacht Müssen ausgeschaltet werden Ich übernehme das und kümmere mich um die Vorgia WTF? Das war kein schönes Geräusch Die Vorgia haben die Umweltsysteme abgeschaltet Sie wollen alle töten Wieder einschalten Unbedingt notwendig Sonst erstickt der ganze Bezirk Hier nehmen sie Heilmittel für Seuche Dazu als Vertrauensbonus Waffe von toten Söldnern der Blue Sons Könnte sich gegen Vorgia als praktisch erweisen Eines noch Daniel Einer meiner Assistenten Er ging ins Revier der Vorgia um nach Opfern zu suchen Ist nicht zurückgekommen Ein Arzt hat kaum eine Chance gegen eine Horde, Vorgia Sie hätten ihn nicht losschicken sollen Sturer Kerl Sagt ihm er soll nicht gehen Überlebenschancen gering Aber er ist klug Vorsichtig Hat eine große Zukunft Hoffe ich Dann auf zur Umweltanlage Okay Cool Wir haben eine Waffe bekommen Und wir müssen Keine Ahnung wohin Aber hey Fuck it Wir klonen erstmal sein Stuff Und dann gehen wir Ab Twinic Vorbild Element Zero Element Zero Oh hier kann ich noch was von hin Und damit lässt sich was anfangen Und damit lässt sich was anfangen Wir müssen mal alles mitnehmen Wo muss ich hin Alter du Pinsel Warum schwirrend ausrüstung nehmen Ah Hier können wir unsere ausrüstung nehmen Okay Shepard Auswählen Auswählen Ich will das Neue nehmen Was haben wir Neues bekommen Aber das Neues bekommen Ja Das war nichts was Neues War hier was Neues War hier was Neues Handkanone? Ah das war die Neue Das war die hier Ja Die Scaling immer Was ist das? Ah Singularitätsding Die Weint Oh Okay Uhhh Gut 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 Läu ei Und hier raus Bitches Piu Oh shit Sie haben uns gesehen Ich hab die mit dem Heddy gegeben Auf was fürn Heddy Los geht's Los geht's Ein paar dicke Headshots Boah wie nett Die Damage war mit dem Ding Max ja unglaublich Voll wirklich Muni aber Das ist ein bisschen Shit Jungs Aber egal Boah nee Boah nee Weg zum Ich hab nur 3 Schuss 3 Gegner Stimmt Alter 3 Gegner Okay Ich hab gekackt So hab ich die 18 Schuss Hab ich die her Wo? Get wrecked motherfucker Oh shit Elke ? Du wurde nah sie presque.... So viele Opfeder So ist es Haben wir jetzt alle getaket? Ich hoffe Bitches Ich brauche Stuff Ich brauche Munition Was war auch noch Munition? Das ist gut Munition ist immer gut Wo müssen wir hin? Guys Ho Ich brauche Mit die 10 Stationen Müssen wir auch Ah Keine Halt So Shit Versuch's mal mit mir Boop Fuck 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 Alter Fuck Ich fühle viele Gegner man Ich bin überfordert mit der gesamten Situation Holy Shit Ohhh Spieltürm Grüße 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 Oben weiß dann kommt ein langer Abstand und es wird blau D.B. JETZT... GRÜN... Oh, das war knapp! Das war knapp. KREDITTTT Du wurde Kreditiert... So... Komm schon, du Arschloch. Geh mal von meiner Wand weg, Mann. Wo sind die Scheiß in meiner Arme? Ich glaub nicht. Oh, die heilen sich ja in der Wand. Oh, die heilen sich ja in der Wand. Er geht zur Seite, wenn ich abdrücke. Warte. Nein, er geht nach unten, wenn ich den Modus abmache. Wuuuuh. Na also, der ein ist da. Oh. Ich glaube, das ist auch dauernd WELL DONE BITCHES WELL FUCKING DONE BUNK TERMINAL BUNK TERMINAL BUNK TERMINAL Ja, hier gibt's hier jetzt eins Grün Krass Lang gedauert Hat lang gedauert, der Shit 5000 Kreditors WELL MET Tür Tür Bitte, ich sage die Wahrheit Ich arbeite in der Klinik für morgen Ich bin gekommen, um Ihnen zu helfen Wir wissen, dass Sie das Seuchenvirus verbreiten Wir haben die Ampullen in Ihrer Tasche gesehen Nein, die Ampullen enthalten das Heilmittel Bitte, Sie müssen mir glauben Vielleicht sollten wir Ihnen die Finger abschneiden Das löst nur mal Achtung Keine Bewegung Noch einen Schritt und wir legen Ihren Freund um Wenn Sie abdrücken, verschaffe ich Ihnen zum Atmen ein neues Loch im Kopf Lassen Sie ihn gehen, dann können Sie abziehen Oh Gott Sie halten Battarianer wohl für beschränkt Was sollte Sie davon abhalten, uns umzulegen, wenn wir ihn gehen lassen? Nichts Lassen Sie ihn leben, dürfen Sie abziehen Erledigen Sie ihn, mache ich mit Ihnen das Gleiche Lasst ihn gehen Sie haben bekommen, was Sie wollten, Mensch Können wir jetzt gehen? Nein, Mann! Woher weiß ich, dass Sie mir nicht in den Rücken schießen, sobald ich mich umdrehe? Ich wusste es Alle umlegen Grundgütiger Sie haben Sie ermordet Kaltblütig Nein Wenn Sie Enten wollen wie diese Battarianer, reden Sie einfach weiter Oder Sie sind klug, drehen Sie um und gehen zurück zur Mordens Klinik Das, das ist nicht richtig! Warten Sie nur bis Mording davon erfährt! Np, Np, Np Auf einmal sind die Leichen weg Oh Mann So, denen haben wir geholfen Achtung Man Mord So muss es sein Warm, die geht einfach rein Zack, zack Boom, boom Zerreißen Fertig Kalt wie Eis Los geht Okay Haben wir hier noch so'n Lauch? Oh Low power Lull power Shit Ich glaub das war ganz gut Ich könnte sagen, wieso wäre das souverän geregelt Sehr souverän sogar Sehr souverän sogar Gute Nacht! Okay, wir snipern wieder Das ist doch jetzt wieder Sache Hier Dumpen Oh Ja Saut 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 Jässsir Wir 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 Gut, I guess... Ehhhh, unser Schaumgewehr... Wo sind die? Oh no... So lange sie keine Rocket Launch haben, fangen wir die auf der Stuntseise an. Die heilen sich irgendwie andauernd... Das ist das... Das stört mich! Oh mein Gott, wir sind schon over the time! Oh mein Gott, aber egal, das machen wir noch! Oh mein Gott... Oh mein Gott... Okay, ist auch down... Er ist down... Oh, ich hab gemisst... Hat Sinn gemacht... Ich hab noch zwei Bullets... Er ist down... Was? Noch einer? Get rekt! Okay, wir haben keine Muni mehr... Schieß mal nicht so wild rum hier... Ähm... Vielen Dank fürs Zuschauen... Wir sehen uns beim nächsten Mal... Wenn hier das heiße Gefecht weitergeht... Haut rein und bis zum nächsten Mal!